Das Hotel Louisiana liegt in El Pinceau in La Palma. Das Hotel Louisiana ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Sieben Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,3 von 6 Sonnen vergeben. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur sieben Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Hotel allgemein. Das Hotel zeichnet sich durch seinen sehr guten Zustand und der hohen Sauberkeit der einzelnen Bereiche aus. Gäste vergeben im Durchschnitt 5 von 6 Sonnen. Zimmer. Die Zimmer des Hotels werden gut bewertet und erhalten 4,8 von 6 Sonnen. In diese Bewertung fließen die Punkte Sauberkeit, Ausstattung und Größe des Zimmers ein. Service. Im Punkt Service wird das Hotel von den meisten Gästen positiv bewertet. Im Durchschnitt werden 4 von 6 Sonnen vergeben. Lage und Umgebung. Viele Gäste schätzen die gute Lage des Hotels und vergeben 3,9 von 6 Sonnen. Gastronomie. Gastronomisch enttäuscht die Küche des Hotels. Die Gäste geben nur 3 von 6 Sonnen für die Küche. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.